die grauen und tiefen der ist gerade eben gekillt worden ja wir warten jetzt da sind noch mehr so wir haben 1 2 3 3 leute die auf den warten also mit uns natürlich hier da kommt er doch na komm greif an ich greife ganz bestimmt nicht an meine klingen sind bereit machen wir einfach mit müsste ich eigentlich schnell gehen ja das geht vor allem der jäger kann schon holen ich denke ich habe zeit zeich die vierte quest sehr schön was haben wir gekriegt 2,2 millionen artefakten gemacht bombastisch die dämonische präsenz befindet sich auf dem rückzug so muss das sein ich warte außerhalb des tempels auf eure ankunft es wird Zeit dass wir zur offensive übergehen ja wir kommen gleich ich muss erst mal hier ein bisschen was ersetzen kniet nieder vor der macht der brennenden legion ihr sträubt euch vergeblich sterbliche so ein silver elite mitzunehmen ist halt immer praktisch so sehr schön und hat er noch was gescheites drin sehen wir gleich nö gar nix sau gut dann einmal zurück naja ich habe eben überlegt hier die flöte zu benutzen die pfeife aber da weiß ich nicht ob man hier bei der art zu schwingen rauskommt das ist mir etwas ungewiss reiten wir einfach zurück so weit ist es ja nicht das ist eh oben in dem tempel glaube ich wenn wir dann hier mit dieser dämonen invasion fertig sind werden wir erst mal unsere ganzen quests abgeben die wir haben dann werden wir ein bisschen artefakt macht habe ich hier schon reingehauen also wir können noch acht dinge vergeben entschuldigung ähm ja können wir acht von den boni noch verteilen und dann werden wir in suram mal weiter questen damit wir da auch endlich mal ein bisschen weiter kommen wir hängen schon ganz schön hinterher aber was will man machen so äh wir müssen da rüber hier müssen wir hin oder oder hier nö hier müssen wir hin seit gegrüßt warum das hoch staut ach wir haben auch gleichzeitig eine quest hier abgeschlossen äh ja wir müssen jetzt hier rüber zu fessels kajüte äh hätte ich das gewusst gut wir können ja direkt hier jetzt runter zum flugpunkt und können zu fessels kajüte hinfliegen so guten tag ich möchte einmal hier rüber dankeschön ähm boah taschen sind schon wieder ziemlich voll 76.000 artefakten macht niedlich 2 x 2,2 millionen boah nochmal 1,5 millionen das ist heftig was wir momentan kriegen so der steht hier oben jawoll ich habe so quest enden schlag die legions bedrohung im tempel der tausend dichter zurück und töte dann portalhüter vital und zorter du nur dank euch also killen 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 äh machtvolle präsenz wir brauchen halt jetzt etwas länger aber ist mir egal wenn der jetzt noch dazu kommt der dämonenjäger dann dürfte es etwas schneller gehen 5 prozent pro und da kommt noch eine eule ja das ist doch sehr schön so lob ich mir das so lob ich mir das 15 prozent ah der fliegt hin und pult einfach mal ich habe kein ziel och wir machen das einfach wie immer nutznießer oh der bringt wahrscheinlich viel ich muss zuerst etwas anvisieren und der bringt wir haben 45 oder 10 prozent auch nicht so viel mehr da einer da einmal schaden drauf einmal schaden wir können ja nicht einfach nur einmal kurz schaden drauf machen wir müssen ja auch ein bisschen mehr mit arbeiten also so uns fehlen noch noch ein großer also machen wir hier den kleinen noch mit und den hier so abgeschlossen sehr schön und die kommen jetzt hier oder muss ich jetzt ihre uhr danny phantom auch ein schöner namen so portal hüter wird total und dann und dann zort hat ungetötet reicht weit über eure erbärmliche kleine welt hinaus so links lang ok und er ist gerade gekillt worden toll ich brauche ein ziel also moment warten der sieht aber nicht gesund aus ich glaube der hat irgendwelche probleme ist das normal dass bei ihnen die zunge so rausschaut so wo kommt er da hinten oder was wie lange haben wir denn noch für das ding eine stunde 26 so das war's trefft euch mit prinz farron des außerhalb des tempels ja wir sind ja schon unterwegs mann 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 ungeduldig bis zum geht nicht mehr der kerl wenn wir hier drin reiten könnten wäre das ganze etwas unproblematischer wo ist er denn hallo hallo da hoch oder was ja so guten tag es ist unser fluch die ewigkeit als zerstört die legionsverbindung am tempel der tausend lichter ja ja äh energie überladen arkane wucht ich muss näher ran ich habe kein ziel ich brauche ein ziel heißt wir müssen jetzt die ganze zeit nur hier rund um ach ja verbindung ist unterbrochen nun ist eile geboten wir treffen uns in faronau die entscheidende schlacht steht bevor ok also hier oben das ende eure welt rückt näher hä wo denn ei also wie wenn es jetzt genauso ist wie bei dem im hochberg müssen wir jetzt hier hoch auf dieses schiff und da wird ein zehn stufen sehen wir uns glaube ich stufen szenario stattfinden so wir sind da ich hätte mich königin nie entgegenstelle siegteufelskommandant xeritas in azuna niemanden blind vor allem nicht euren anführer einst vor zehntausend jahren ich bin bereit mit dem letzten angriff zu beginnen fürs szenario anmelden das wird nicht lange dauern durchschnittliche wartezeit drei sekunden gut morgen sehen wir uns wahrscheinlich da wieder